Zwei Agenten sind auf Mission zur Rettung ihrer Organisation. Dr. Troll, der kranke Keck, planverrucht es in seinem Versteck. Pflanzte heimlich Pilze an, raubend einen den Verstand. Durch den Dunst von Pilznextur, kam man ihm nun auf die Spur. Die Agenten sind voller Schreck, eine Countdown-Uhr, die Zeit läuft ihn weg. Troll steht lachend vor seinem Screen, hat das Hauptquartier mit Sprengstoff versehen. Doch die zwei Agenten zählen, die Waffen und die bewältigen ihn. Schnell ein Knopf drückt, der Countdown hält, die Pilze werden sicher gesteckt. Dr. Troll kommt in den Knast, wo er sich nun mit Zwiebeln befasst. Und was lernen wir daraus? Finger weg von Pilzen, das geht nicht gut aus.